Saisonbeginn, wir haben den 1. April. So, jetzt wird erstmal gewaschen. Nochmal einen Blick auf die Flüssigkeitsstände. Und bei der Gelegenheit habe ich jetzt gemerkt, dass der wohl wahrscheinlich am Zündverteiler ein kleines bisschen Öl verliert. Hm, eigentlich enttäuschend. Knappe 290.000 nach 26 Jahren und schon fängt er an, ein bisschen Öl rauszudrücken. Naja. So, und los geht's. Die erste Fahrt seit Oktober. So, und los geht's. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.